So, hier sind wir wieder bei einem weiteren Part. Let's play Minecraft. Hallo. Hallo. So, gut, dann geht's weiter. Gut, dann diskutieren wir mal weiter. Also ich müsste meinen Eingang... Könntest du die Leiter nochmal hochgehen? Leiter sind aus, tut mir leid. Hab keiner mehr. Okay. Danke sehr. Ups. Du, ey, hier einfach mein Wohnraum hier, ey. Da könnt ihr schon wieder ausrasten. Also, was ich noch machen wollte vielleicht. Ich hab ja vorhin ganz viel Clay abgebaut. Das hab ich gerade mal ausgerechnet. Das reicht für 96 Bricks. Blocks, also. Und dann hab ich mir gedacht, das was ich jetzt hier hab, ist ja sowieso nicht so besonders groß. Dass ich wieder was kleines baue. Hier, also, außerhalb extra Haus. Und dann kannst du ja das hier, das untere Geschoss hier für dich beanspruchen. Dann ist oben, oben sommig. Unten du. Und ich baue mir ein extra Teil. Mhm. Ja, hab ich an sich nix gegen. Gut, dann, ähm, kann ja der Eingang da bleiben, so. Ich hab jetzt auch eine Idee. Und du richtest dich hier den Rest ein. Und zwar, ähm... Irgendwie muss er ja hochkommen halt. Ich bräuchte den Eingang entweder da, oder ich zeig euch dat mal eben. Dat. Ähm... Hier ginge das auch noch nicht in Bodders Haus. Ja, ich, also, du kannst das ruhig schon mal machen. Ich... Oder hier halt. Und dann versetzt man eben die Eingangstür nach links, da wo das Haus ist, weißt du? Nein, nein, dann machst du ruhig dahin, wo mein Haus jetzt ist, ich ziehe um. Nee, das ist einfach hier hinten. Ja, oder so, das sieht natürlich auch am besten dann noch aus. Dann kann ja die Sitzecke da wieder... Nee. Die Wand kommt ja weg. Ja, also man lässt die Wanne auch für eine Küche oder so. Ja, man könnte... Ja, das würde auch... Ja, das ist ja jetzt hier unten, das ist ja jetzt meins. Also, da habt ihr ja gar nichts mehr mitzuhören. Das ist ja der Entscheid. Ja, also, ich lasse die Wände hier, ich nehme meine Sachen mit und dann... Nee, nee. So ein Tipp. Ja, ja, mal gucken. Irgendwie sowas. Also, die Sachen in der Kiste und die Öfen sind noch meine, ich gehe schon mal dahin. Achso, hat wer Kohle? Kohle. Ich habe Buschen, Kohle. Allerdings, weil ich auch hier... Ich brauche Holz, hast du Holz? Ja, wie viel? Du kriegst ein halbes der Kohle, wenn ich alle dein Holz kriege. Hier, ich habe Kohle. Äh, dann nö. Danke. Ich brauche trotzdem Holz. Ich brauche trotzdem Holz. Ich brauche trotzdem Holz. Ja, wie viel brauchst du denn? Ja, für die Schienen weiß ich eben nicht, wie viel ich brauche. Ich muss Sticks daraus machen. Aber ich habe ja noch ein paar Sticks, aber die kann ich jetzt mal benutzen. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie Schienen gehen. Die habe ich fast nie gemacht. Äh, scheiße. Hast du gar nicht gemerkt, ne? Doch, habe ich. Na, nicht so weit. Dann sag doch danke. Bitte. Danke. Weiß jemand, wie ich hingehen? Nein. Ja. Kannst du mal kurz sagen? Äh, außen, rechts und links, ähm, Eisen. Okay, Moment. In der Mitte Sticks? Ja. Oh Gott. Zack, zack, zack. Äh, achso. Nur in der Mitte, ja. Muss man diesen Smooth Stone da, für den, äh, muss man den mit Clean Stone machen? Ja. Oh, das braucht so viel Kohle, ey. Cool. Ich habe noch ein bisschen, ich kann dir noch was geben. Ja. Einen halben Stack. Yo. Das würde reißen. Äh, danke. Bitte, bitte. Ich mache dann von meinem, ähm, Haus auch, ne Verbindung an die Mine ran. Nee, nee. Doch, das mache ich. Nee, nee. Wie, nee? Ja, äh, nee. Ja, wie, nee. Doch, klar, kannst du das machen, kein Problem. Sauber. Ja, ey. Betrug, oder was? Das ist Betrug. Ich mache mich dann an die andere Seite von dem See. Und dann mache ich da auch so einen Balkon hin. Irgendwie so was cooles. Oh, das wird geil. Hammeck. Geil. Weißt du, weißt du, was geil wird? Nee, was denn? Wenn ich erst mal, wenn ich erst mal mein Haus da oben auf dem Berg habe. Hä, das wird nicht nur deins. Ja, wir machen die Schienenverbindung und dann können wir da bauen. Also. Okay, schon mal einen leichten Grundriss anfangen. Man muss ja auch erst mal hochkommen und ganz viel Cobblestones abbauen. Hm. Hm. Nur kommt drauf an, was man es machen will, ne? Ja, Cobblestone oder Cleanstone würde ich sagen. Okay, dann gehe ich mal ein bisschen in die Miene und hole mir Cobblestone für Cleanstone. Oder Aushaum. Oder Aushaum. Nee, man könnte, ich könnte, man könnte es natürlich auch so machen, dass jeder sein eigenes macht, ne? Sein eigenes, wie? Hausraum braucht, aber das würde ich nicht machen. Ja, das können wir dann überlegen. Also, erst mal müssen wir hier alles fertig machen. Und wenn wir dann irgendwann, wow, ne? Weiß schon. Gold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das reicht. Hat jemand von euch schon eine Wasserquelle gefunden? Ach, was frage ich denn, ey? Direkt vor unserem Haus ist es nicht. Ich würde dann nämlich mal eine Runde Obsidian machen, ist das recht? Euch? Von mir aus kein Problem, also. Und du hast eben gesagt, eine Lavaquelle, ne? Und eine Wasserquelle hast du. Wasser meine ich. Ich brauche Wasser und wollte das über Lava rüberkippen. Lava haben wir ja neben dem Haus. Deswegen würde ich da jetzt Wasser rüberkippen und dann... Ja. So. Ja, klar, hier 3 Millionen spinnen wir gleich wieder. Ein Spinspawn, ey. Ja, das bestimmt irgendwo ein Spinspawn, ey. Das kann mir gut vorstellen. Nicht nur das. Creeper gleich auch noch mit. Woo! Ja. Und natürlich noch ein Skill. Wo spawn ich denn bitte? Was ist denn mit meinem Home-Dings da? Um... Tut mir leid, aber das kann ich jetzt nicht verstehen. Was ist denn los? Ich bin am Spawn gesaunt und nicht am Home-Punkt. Oha. Allerdings. Das ist ja blöd. Was kannst du laut sagen? Hm. Der ist ja richtig weit weg. Ich finde das irgendwie... Kommt drauf an. Also, ich würde da, glaube ich... Ne, doch nicht. Mach mal Slash-P. Top-Mick. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer damit einverstanden sind. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, wieso? Dann ist die Aufnahme hier aber auch beendet. Wie lange geht denn der Part noch? Nein, es war doch nur Spaß. Ich mache teleportieren kurz. Das würde wirklich gehen. Naja, egal. Okay. Sechs Minuten dauert das auch noch. Außerdem... Wir setzen uns einfach über die Zuschauer hinweg. Ja, in diesem Fall ist es scheiße. Er ist, wenn er am Spawn gespawnt ist. Was wirst du da auch machen? Also, wenn ihr das jetzt nicht freut, dass wir sowas machen, dann schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir es nicht nochmal. Genau, das ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Dann machen wir das jetzt kurz. Slash-TP-Somach-Tommy-Klar. Wartet mal, was ich gerade gefunden habe. Hä? Hat es funktioniert? Ja. Na gut, du bist so unsichtbar. Ja, genau. Das dauert manchmal auch, bis es erst kommt. Ja, jetzt bist du da. Ja. Welt muss ich doch aufbauen. Und ich habe keine Power-Schienen mehr. Scheiße. Und ich muss noch welche machen und dann habe ich nur noch... Und ihr sollt raten, was ich gefunden habe. Diamanten? Nein. Es begründet, warum hier überall so viele Gegner waren in der Höhle. Ein Zombie-Spawn, ey? Ja. Oh. Ein Zombie-Spawn, ey. Ein Spin-Spawn, ey. Ich dachte, ein Zombie-Spawn. Ja, also ein Zombie-Spawn. Erst Spin-Spin-Spin und dann Zombie-Zombie-Zombie. Also wie gesagt, Zombie-Spawn, ey. Habe ich jetzt ausgeleuchtet und weggedrückt. Das ist doch schön. Ja. Das gefällt. Und ich habe jetzt auch halt auch ein bisschen Mossy Cobblestone. Also, ne. Gefunden sozusagen. Schön. Da können wir, wenn wir irgendwie Lust und Zeit dazu haben, eine Monster-Falle draus bauen. Hm. Ach so, ja, ja. Aus dem Spawner, ja, ja. Ja, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn du Lust zu haben. Oh ja, natürlich jetzt nicht sofort. Das wird dann ein schon größeres Projekt, ja. Also, aber an sich wäre ich davon jetzt nicht abgeneigt. Also, ich selber habe jetzt noch nie eine richtige Monster-Falle gebaut. Echt? Ich habe das schon mal gemacht. Also, mit einem Spawner habe ich das schon mal gemacht. Ja, mit einem Spawner. Also, in der Monster-Falle habe ich jetzt vor kurzem erst gebaut. Ja, aber nicht mit einem Mob-Spawner. Na gut, mit einem Mob-Spawner nämlich. Ja, gut, aber... Na ja. So. Hat Tom, weiß Tom, was eigentlich schon davon? Ja. Ich habe es ihm erzählt, ja, aber er weiß nicht wo, weil ich auch keine Home-Punkte habe. Ach so, gut. Ich aber. Ist ja auch egal. Also, ne. Nur mal kurz Werbung. Von unserem Server? Oh, ne, 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 wollen sie jetzt nicht übertreiben. Okay. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Also, man, 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 man. Na ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Mob-Falle, die bald eröffnet wird. Das wolltest du doch haben. Man, 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 man. Ja. Komm, das ist jetzt blöde, wenn man das nicht weiß. So, ich teste jetzt mal die Minecraft-Verbindung. Die ich von meinem ganzen eigenen Materialien... Oha, was veranstaltest du denn hier? Ich? Naja, ja. Ja. Ne, ja. Samen, ich bin ja bei dir hier gerade. Ja, ich veranstalte gerade ein bisschen... Sterben. ...schieiße. Ich hab versucht zu retten, was zu retten war, aber es war nicht viel. Was hast du denn so gerettet? Warte. Die haben auch einen Spitzhacke, die? Äh, hä. Bin wieder am Spawn, Thomas. Oh, nee, das kann ja nicht sein jetzt hier. Soll nicht zur Gewohnheit werden. Jetzt, nee, jetzt hast du selber schuld, tut mir leid, ne, ne. Äh, hä, hä, hä. Na. Naja, die Aufnahme ist ja jetzt zu Ende. Dann gar mal ich nur noch am Spawn. Genau. Irgendwann finden wir dich dann. Die Aufnahme ist noch nicht zu Ende. Joa. Oder? Nee. Oh. Nein, ich mach's jetzt noch mal. Aber du musst ja auch mal schlafen jetzt auch dann, ne? Ist ja klar, dass du am Spawn bist. Du hast ja dein Bett da nicht mehr, da wo es war. Ne? Ist doch logisch. Oder Netz? Äh, nicht. Die Diamant-Spezial habe ich leider nicht. Also, das ist jetzt blöd. Und das Obsidian, Obsidian? Auch nicht. Was hast du denn so gekriegt? Pff, Glas. Äh, Alter, nur die unwichtigen Scheiße. Und ein bisschen Eisen. Äh. Und das war's. Warte kurz. Geh's dir wieder. Ey, da könnte ich ja wieder ausrasten, ne? Das war's. Was hattest du noch? Das, glaub ich. Neh, ne Ahnung, was du noch hattest jetzt. Was fehlt? Weiß nicht, ist auch egal. Die wichtigsten Sachen waren wahrscheinlich, ne? Ja. Was hattest du denn alles? Ey, weil sowas könnte ich alles rasten. Ich hatte voll viel Obsidian. Und ich bin ein schönes Portal, dachte ich. Geholt. Und was passiert? Scheiße, Lava kommt auf mich zu. Ja, das war ein bisschen blöde jetzt. Ähm, ist bloß gelaufen sozusagen. Egal, ich hab noch genug Diamanten. Aber ich baue mir jetzt eine neue auf dem Server. Auf unserem Server. Äh, da hab ich auch schon jetzt insgesamt in meiner ganzen Spielzeit 19 Diamanten verloren. Wie viele? 19. Oha. Ja, weil wir mit Werkzeugen eingerechnet haben. Mann, das Minecraft fährt immer ohne mich los. Ich glaub, das fährt immer dann los, wenn man's schon auf die Schienen raufsetzt. Kann das sein? Äh, weiß ja nicht. Hütze zu drin, ne? Ja. Gut. Dann probier ich das jetzt einfach nochmal mit dem Obsidian-Ambau. Ach, da muss man jetzt umsteigen? So. Gut, das war's dann. Na gut, das können wir dann... Alles klar. Ja, muss man umsteigen. Das können wir aber sonst noch ändern. Okay, dann war's auf jeden Fall mit dieser Aufnahme. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 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 Ciao.